So, der Trainer kommt. Wunderbar, wunderbar mit drei Punkten im Gepäck, super. Jetzt ist endlich Ruhe drin. Kann endlich mal ein bisschen Ruhe arbeiten, hat er sich auch verdient. Meine Freunde, wir sind auf dem Weg zum öffentlichen Training. Diesmal am Dienstagmorgen. Gott sei Dank Zeit, ich freue mich. Wir haben strahlenden Sonnenschein in Augsburg. Also schöner geht es gar nicht, sonst immer bei Sauwetter im Training. Der Training hat mega Pech. Heute mal nicht. Vielleicht ist es ein Omen. Wir sind alle gut drauf. Wir haben drei Punkte gegen einen starken Gegner wie Union Berlin eingefahren. Jetzt können wir in Bochum den Klassenhalt fix machen. Ich bin sehr gespannt, wie die Jungs drauf sind, wer alles überhaupt mittrainiert. Und jo, ich wünsche euch jetzt einfach mal viel Spaß beim Video. Daumen hoch, wenn es euch immer gefällt. Die Sprenganlage sorgt für Unterhaltung. Macht das Publikum hier ein bisschen nass. Werden wir auch für das Freiburg-Spiel, wie ich die Blick jetzt das erste geschickt habe. Hier ein Wahnsinns-Tattoo von Rafael Gickiewicz. So, der Trainer kommt. Wunderbar. Wunderbar mit drei Punkten im Gepäck. Super. Jetzt ist endlich Ruhe drin. Jetzt kann er endlich mal ein bisschen in Ruhe arbeiten. Hat er sich auch verdient. Hubek, wunderbar. Man of the Match. Super. Der Torstütze. Einfach geil. Dion, Swakacast. Tova dan. Sonderlob hier von Tanelis. Auch am Start. Wieder gesund. Sehr schön. Servus. Dova dan, tschuldi na. Geile Stimmung hier. Ja, merke ich ihn halt auch wieder da. Das ist einfach... Wo man den eingewechselt hat, auch mit Niklas Dorsch. Das war schon ein geiles Feeling, dass du so gute Jungs bringen kannst. Auch Mentalitätsspieler können beide nochmal sich reinhauen. Vor allem als Kombi. Die Risha und Demirovic. So, Niklas Dorsch trainiert auch voll mit hier. Ja, wird wahrscheinlich gegen Bochum starten. Kelvin auch mit am Start. Wunderbar. Und das ist wohl das Erfreulichste hier am Mergen-Berry-Shelker. Voll im Training. Demi auch richtig abgefeiert, dass er wieder da ist am Anfang des Trainings. Die Stimmung ist richtig gut. Wie? Dankeschön. Wie? Schön. Der Hengel ist leider gesperrt gegen Bochum. Ein Ticken zu weit. Das ist doch toll. Und? 4A. Muss er sich anschauen, Jungs. Der Ball war scheiße. Der Ball ist so gut. 4A. Wir sind gut. Wir sind gut. Wir sind gut. Wir sind gut. Herrlich. Jungs, ich liebe dich. Ich liebe dich. Gut am Ende. Das ist ein guter Basketball. Das ist gut. Sag mal. Das war jetzt geil mit dem Ball. Da kann ich drauf. Ja, gerne. Maxi, ich wünsche mir ein Trikot von dir. Du bist ein Top-Verteidiger. Super FC Augsburg. Super. Pfiff Musik Aufbruch So, 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 so!